Borussia Dortmund musste zum Rückrundenauftakt überraschenderweise auf Marco Reus verzichten, der kurzfristig verletzungsbedingt aus dem Kader gestrichen wurde. Eine schlimme Verletzung hat sich der Leistungsträger aber nicht zugezogen. Laut Angaben des Vereins ist Reus beim gestrigen Abschlusstraining umgeknickt. Es soll sich aber nicht um ein ernsthaftes Problem handeln. Für den 29-jährigen deutschen Nationalspieler durfte beim Bundesligaspiel gegen RB Leipzig auf der Spielmacherposition Maximilian Philipp auflaufen. Das ist sehr schade, dass Marco Reus ausfällt. Ich war gestern beim Training dabei, als es passiert ist. Wir haben heute nochmal geschaut, aber es geht leider nicht, sagte dazu bei VW Sportdirektor Michael Zorc laut den RUH-Nachrichten. 4.Woah 6.Woah 2.Woah 7.Woah 2.Woah 2.Woah 3.Woah 4.Woah 4.Woah